hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde hier ist wieder mit einem weiteren wir zogen go simulator 3 es geht um die trophäe der erfolg kork scratch und zwar müssen wir dafür bigfoot füße mit schuhen ja füllen und dafür brauchen wir hier fashionista dieses item brauchen wir als ausrüstung damit wir dann halt wenn wir rb drücken die möglichkeit haben leute zu verwandeln und das ganze machen wir halt auch mit bigfoot deswegen also erst einmal hier oben die fashionista abholen und wenn wir das gemacht haben dann machen wir uns auf dem weg zu bigfoot packen dann bigfoot wiederum in den käfig das ist auch ein event was wir dann gleichzeitig mit abgeschlossen haben und beballern ihnen dann einmal mit der kanone das war's mehr ist nicht zu tun ich danke euch für es dabei sein ich hoffe dass wir hat geholfen ich hoffe es hat gefallen wenn ihr mir so war denkt an den daumen nach oben aber nicht den kanal falls noch nicht geschehen verpasst hier natürlich mit glocke aktiv kein weiteres neues video ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie auch weiter auch 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 ja auch auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017